so willkommen zurück in einer weiteren katastrophen folge wo wir wieder nur am experimentarieren sind du nach da du nach da so jetzt nämlich wie folgt der ist noch richtig eingestellt genau und jetzt müsste er direkt ihn aktivieren soweit richtig aber zeit versetzt auch in aktivieren und zwar richtig schön lange zeit versetzt müssen wir mal gucken was passt das heißt ich mach mal zum testen hier baumstämme rein jetzt müsste die müssen sich immer wieder gegenseitig abbauen das heißt sobald ich ein baumstamm platziert hatte müsste die anlage immer wieder sich im kreis drehen jetzt fällt mir kann es natürlich einfach noch ein werkzeug jetzt brauchst du eigentlich der axt oder ich probiere es einfach mal mit nacht habe ich noch ein paar rumliegen von daher reintun so wenn ich jetzt hier baumstamm platziere jetzt müssen jetzt müsste die post abgehen da geht ja voll die post ab oh mein gott oh ich hab voll gestrieben okay die da ist zu lang überschreibt sich gegenseitig also da war wieder darum zu kurz ich müsste mal wirklich sehen was die anlage dabei macht ach der schaltet nicht mehr rechtzeitig ab der braucht so lange zum abschalten ja guck mal wie lange der an bleibt dass das problem ja die farbe zu lang so länger als das geht halt nicht oder muss doch kürzer machen oder muss ich hier auch noch in die lehrer einsetzen ich bin gerade ein bisschen verwirrt ich glaube ja der muss auf der kleinsten stufe bleiben aber dann muss hier auch noch in die lehrer rein die lehrer natürlich so komisch eine weiße fackeln die keine sau hat ach so die dinge haben wir noch solche dinge ja 43 holy shit warum so viele so probieren wir es mal mit zwei die lehren weil das muss natürlich schon zuverlässig laufen die anlage ist ja ganz klar so jetzt baum warum so schnell kannst du gar nicht gucken wie das passiert aber fast gut so dann stelle ich mal den noch 1 okay ich dachte jetzt funktioniert noch zuverlässiger so jetzt ist ja nicht mein geld das heißt jetzt wächst der bäume okay das ist das wieder zu langsam okay verstehe also ehrlich gesagt ehrlich gesagt verstehe ich an dem punkt gar nichts mehr so das ist wie beim echten programmieren wenn der hardware nahe programmierst diese ganzen timings wir müssen quasi irgendwie dafür sorgen dass sich die schaltung nicht mehr festfahren kann das kriegen wir eigentlich nur auf einen logischen weg hin und da ich da mehr platz bräuchte muss ich es versuchen wirklich einfach über das timing hinzubekommen okay okay Okay, sollte eigentlich klappen. So, jetzt, boom. Boom, 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 I lock you in my room. So, die Frage ist, das Problem ist natürlich, was wir jetzt haben werden. Kurz, warte mal kurz, ich muss den erstmal platzieren. Das Problem, was wir haben werden, ist, wie bauen wir den Baum ab? Wenn ich jetzt hier einen Baum hinsetze und der wächst, da sieht ja jeder Baum anders aus. Ich würde also nie im Leben eine Anlage hinbekommen, die alle Bäume abbilden kann, das funktioniert halt nicht. Ich meine, jetzt kann ich gucken, dass ich so einfach nur den Stamm abbaue und dann auf die Blätter drauf geschissen so. Ich brauche auch die Blätter, weil sonst kriege ich keine Zapplings mehr. Und vor allem müssen wir noch gucken, was wir machen, damit die ganzen Items, die hier droppen, nicht einfach verschwinden. Wobei, dann müssen wir auch mit einer Vakuum-Tube arbeiten können. Dass wir einfach irgendwo so eine Vakuum-Tube hinpacken, mit einer schönen großen Range. Und die dann quasi einfach alles aufsorgt, was der Baum droppt. Ich brauche mal... Ich nehme mal kurz zum Test ein bisschen Bonemeal. Hallo, habe ich kein Bonemeal? Warum ist das Bonemeal hier drin? Das macht ja gar keinen Sinn. So. Wieso kann der... Ah. Aber wie gesagt, so wird halt leider nicht jeder Baum aussehen. Können wir original vergessen. Ja gut, dagegen hängen Fuchs ist leider nicht. Ich müsste eher aus dem Baum heraub... reinbauen. Ich habe keine Ahnung. Wie machen wir es am dümmsten? Vor allem jedes Ding braucht ihr auch ein Werkzeug, ne? Leute, warum wollt ihr bitte schon eine automatische Baumfarme haben? Ihr seid doch verrückt. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Na guck mal hier, der Baum zum Beispiel ist drei hoch, die dahinten sind aber nur zwei hoch. Ich glaube, bei Baumfarmen ist fast eine klassische Baumfarme, wo man selber die ganzen Bäume empfällt, fast noch das sinnvollste, ne? Das wird hier mit so einem automatischen... Das wird das halt echt schwierig. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Mit den verschiedenen Baumarten. Vor allem, wie gesagt, weil wir auch noch die Blätter brauchen. Das ist ja das nächste Problem. Sonst kriegen wir keine Saplings mehr. Und da geht uns irgendwann die ganzen Saplings aus. Ich versuche mal... Also ich gucke mal, wenn ich das Ding so platziere, dass es für einen großen Baum funktioniert. Dann müsste es ja auch für einen kleinen Baum funktionieren, in der Hinsicht, dass es zwar bei beiden Bäumen nicht effektiv funktioniert, aber zumindest so weit funktioniert, dass wir Sachen bekommen. Und das dann über eine lange Zeit sollte ausrechnen, dass wir dafür in der Regel mäßig Ressourcen bekommen. So, jetzt ist... Wie gesagt, das nächste Problem ist vor allen Dingen, dass wir überall Werkzeuge dran brauchen. Wobei, ganz ehrlich, die haben mehr als genug Ressourcen dafür. Vor allem dadurch, dass die Werkzeuge auch nicht aufgebraucht werden, können wir da auch High-End-Sachen reinpacken, ohne dass die Dinger verbraucht werden, so, ne? Und daher sollte das kein Problem sein. So, das Ding baut den Stamm ab. Egal, ob er nun vier hoch ist oder nur drei hoch ist, ist egal, er baut den komplett ab. Also, sobald er dann hier mit Besokon versorgt ist, da hat nichts Schwierigere ist jetzt, dass, ähm, bauen... Ich brauche hier erstmal so eine temporäre Plattform. Und auf dieser temporären Plattform, müsste ich dann gucken, dass ich hier die ganzen anderen Dinger platziere. Weg hier. So. Ah, verdammt, wieso bleibt er nur gegen mich? Wie sieht es aber in den kleinen Bäumen aus? Weil letztendlich haben wir immer die Blätter, haben wir immer die gleiche Struktur. Das heißt im Klartext, hier ist eh kein Blatt. Hier auch nicht. Sondern es ist nur auf... Sondern es ist nur auf... Nein, halt auch nicht. Auf dem Ring sind Blätter. Und dann, ähm... Weil hier ist ein Baumstamm. Da ist eventuell ein Baumstamm. Also natürlich hier auf meiner Höhe, aber jetzt so von der, ne? Da ist ein Baumstamm, da ist ein Baumstamm. Das hier sind Blätter. Und es sind da Blätter, da Blätter, da, da, da. Und, ähm, diese Wassergeräusche. Äh, hier ist die Baummitte, ne, hier ist die Baummitte. Das heißt, da, da, äh, warte kurz. Ach, Leute! Mann! Immer dieses komische Zeitverzüge, Züge, Renn. So, hier, das kann weg. Das ist Bullshit. Eben, hier ist falsch. Der Baumstamm ist ja hier, nicht da. Das heißt, das Ganze ist um eins nach außen. Also hier und hier. Und dann ist hier, und hier, und da auch so. So, das heißt, auf der Höhe brauchen wir auch die ganzen Dinger. Das heißt, wir brauchen hier ein, da 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 ein, und, ähm, so, das erste Holz abbauen hier. Ich hätte mir Holz bedringen sollen. Wobei, ich hab's noch genug Holz, oder? Ja, ich hab noch Baum, ich hab noch Baumstamm dabei dabei. Ach, egal. Wir könnten sogar noch hier welche hinmachen. Dann hätten wir einen effizienten Ring von, ähm, zwölf. Machen wir hier noch einen hin. Ja, es ist jetzt die Frage, wie in die Blätter weiter. Na eben, da oben ist nämlich maximal nur noch eins, wenn der, wenn, wenn alles schief geht. Wobei, ich seh grad hier, in den Ecken sind ja auch noch welche. Die Ecken haben wir, die, und die, und die haben wir noch gar nicht gemacht. Dann mach ich also lieber die Ecken. Das heißt, einmal hier. Und einmal hier. So. Jetzt sollten wir alles soweit haben. Was machen die da draußen schon wieder, Alter? So. Denn jetzt ist nämlich, wenn ich jetzt hier einen Baum habe. Tada. Bei jedem von dem Ding ist er mindestens ein Blatt. Ist das nicht geil? Und hier sind überall Baumstämme. Ist das nicht geil? So, jetzt muss ich den Auto wieder abbauen. So. Jetzt brauche ich nur ganz viele Werkzeuge. Und zwar brauche ich, äh, 14, 15, 16, 18 Werkzeuge. Wobei der untere hat bereits einen. Ich brauche also noch 17 Werkzeuge. Ich bin schon wieder am Verhungern. Ich kriege die Krise. Das ist ja schlimmer als Seven Days to Die hier gerade. So. Äh, nee. Stecker brauche ich. Davon. Immer her damit. Alles her. Der ganze Scheiß. Erstmal alles weg hier. So, äh, nee. Jetzt müssen wir natürlich gucken, weil wir können die gar nicht, natürlich nicht stacken, die Werkzeuge. Das heißt, wir können nur so viele mit einem Mal bauen, wie wir bauen können. Aber auch egal. Alles. Aber schon mal 13 Stück. Ist doch schon mal eine Ansage. So. So viel Scheiße im Inventar. Och, Leute. Das ist doch nicht wahr. Wobei, jetzt können wir noch brauchen, glaube ich, oder? Ach, hier. Ach, scheiß jemand. Dann fick die Hände. Ist mir gerade egal. Tralalalalala. Alles weg. Alles weg. So. Juchin. Dann nehmen wir jetzt, äh, das und let's go. Reiner mit dir. 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 Hm? Was? Ach ja, da war ja irgendwie so ein Bug, ne? Da hatte ich ja hier am Spawn einen Job eingerichtet. Man kann die Dinger hier gar nicht mehr, äh, umcraften. Na, also... Man kann aus denen keine Dinger machen. Genau dann, nur andersrum geht's. Warum auch immer. Na gut, dann halt auf dem Wege... Ja, ich hab immer mal erst mal so zwei. Dabei könnte ich später noch mehrere Sachen gebrauchen, also mach ich zehn. So, dann haben wir wieder ein bisschen Vorrat. Auf die Strasse gucken, wenn's geht. so wir brauchen noch sechs werkzeuge 1 wir brauchen noch vier werkzeuge so das heißt da da so 1 2 4 4 deine oma rein damit ihr mit dir mit dir und rein mit dir so der müsste bereits haben genau alle dinge dinge jetzt müssen wir nur noch irgendwie versuchen schaffen überall wie sie die darin zu bekommen und da habe ich echt kein plan ob das überhaupt funktioniert ja die verbinden sich natürlich auch mal gleich nach unten gut dann muss ich die hier so machen auch wenn ich dann noch nicht weiß wie ich die da oben ach so da kommen die drei sind bereits angesteuert das heißt um die wollen wir gar keine sorgen machen so jetzt muss ich nur viel dafür sorgen immer das ding hier zum testen welche alle engaged werden welche nicht wir sind wir gar nicht engaged so es heißt ich muss da wahrscheinlich diese komischen querdinger bauen was natürlich nicht funktioniert weil irgendwas nicht mehr funktioniert muss man die dinger kochen oder was konnte man auch direkt daraus bauen oder nicht mehr so kommen ach da brauchst du drei ich dachte hier kann man direkt einem einfach eins und drei klatschen und dann kriegt man direkt von aber so einfach ist es dann doch nicht so kommt die drei sind immer noch nicht aktiv wenn ich jetzt hier eine hinbaue genau da wird er hier wieder quer verbunden das geht also auch nicht das geht auch nicht aber so geht's geht nicht der wird sofort den geld von der blume wobei das wenn das hier so er doch genau siehst du hier wird ja auch direkt wieder quer engaged da müssen wir das ding hier noch mal abbauen das ding auch und die müssen wir hier setzen ungefähr so und jetzt können wir hier einfach falsch sind die anderen dass die anderen können wir die hier einfach so benutzen und können die hier quer verwenden so mal gucken wenn ich jetzt hier die blumen setze ah ja das funktioniert ok so mal gucken wo ich überall dinge eingesetzt habe zuallererst hier die unteren setzen so und jetzt hier einer und hier einer das müsste schon reichen ich weise hier noch einen drauf damit der den hier oben entgelcht und das müsste dann ich weiß ich nicht ob der hier aktiv wird ich guck einfach mal kurz von oben ne der wird nämlich nicht aktiv wird kann ich einfach hier noch einen drauf setzen so und so und weißt du was so jetzt hier ist jetzt hier überall power ja jetzt noch alle engaged cool ach so hier und der obere fehlt noch ach da kommt der jetzt weg ja alles engaged cool ok dann können wir hier die ganzen saplings rein also alle auf ein hatte gut funktioniert und dann können da jetzt müssten jetzt eigentlich wo sind es müssten da jetzt eigentlich bäume wachsen das heißt wenn ich jetzt hier was hin mache jawoll ne menge von bomben übrig aber das kann man halt nicht verhindern weil wir halt immer auf unterschiedlichen höhen wachsen von daher wird es nicht wie man das da besser machen sollte und wir kriegen mehr saplings zurück als wir verbrauchen das heißt auch das klappt ich hoffe jetzt noch mal sieben rein und wir sind schon wieder voll hier gut dann muss ich erstmal wagen dann baue ich jetzt mal so eine vakuumtube und die vakuumtube können wir doch eigentlich dann direkt an so eine kiste anbauen oder dann müsste doch auch funktionieren ähm vakuumtube haben wir natürlich keine mehr und wir sind auch schon wieder voll ich habe keine ahnung wie sowieso was passieren kann was ist denn hier los alter weg 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 die brauchen wir so wir haben tübs wir brauchen eigentlich gar nicht mehr wir brauchen nur ein einziges vakuumtube aber die brauchen wir wahrscheinlich noch einmal zu bauen kann das sein war war und natürlich sand na klaro ich habe natürlich keinen sand mitgenommen weil es eine demo version und da gibt es keinen sand wieso kann ich kein sand mitnehmen kackbodenmehl wieso so danke so 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 bin ich mal gespannt, dass das funktioniert bist aber eigentlich gut, bis dann